Oh, kannst du mir bitte auch noch einen Kaffee lassen? Ja, mache ich. Das war nur ein Witz. Das Klischee mit dem Kaffee stimmt natürlich nicht. Hallo zusammen, ich bin die Blenda, Verwaltungsangestellte im ersten Lehrjahr. Hallo zusammen, ich bin die Selina, Verwaltungsangestellte im dritten Lehrjahr. Und heute wollen wir euch unseren Berufsalltag näher bringen. Fangen wir doch mit der ersten Anlaufstelle auf der Gemeinde an, die Einwohnerkontrolle. Der Hund am Schalter mit dem Hund zieht zu Hause aus und kommt das bei uns melden. Wir melden den Hund und den Hund ab und tragen das gerade im System ein. Die neue Gemeinde kommt zu einer Meldung über, dass sich der Einwohner bei uns abgemeldet hat und sich auf der neuen Gemeinde innerhalb von 14 Tagen anmelden muss. Eine weitere wichtige Abteilung ist das Steueramt. Dann lernst du schon in jungen Jahren deine eigene Steuererklärung auszufüllen. Das ist sehr wichtig, weil jeder Schweizer Bürger verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben. Die letzte Abteilung, die wir euch vorstellen wollen, ist die Kanzlei. In der Kanzlei macht man vor allem administrative Arbeiten, wie diverse Brüfe schreiben oder zum Beispiel ein Event planen oder organisieren. All die Arbeiten, die man auf einer Gemeinde macht, sind gleichzeitig auch eine Lebensschulung. Wenn auch du wandelbar, diskret und flexibel bist und Interesse hast, auf unserer Gemeinde deine Lehre zu absolvieren, können wir dir garantieren, dass du nachher weisst, wie du vorgehen musst, wenn du von zu Hause ausziehen willst. Dass du weisst, wie du deine eigene Steuererklärung ausfüllen musst und deine perfekte Geburti-Party planen kannst. Befürcht dich jetzt auf Justy und schickt euch deine Bewerbung.